Junge, wo ist der denn? Unser Riffenkick Im Lieben der Nasen, der Sucker bei Nasenversucker Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge Fortnite hier auf meinem Channel Leute Heute mal eine kleine Duo-Runde zusammen mit dem Max Und ich hoffe, sie gefällt euch, weil wir haben schon ein bisschen was gerissen Und ich würde sagen, viel Spaß ist mit dem Video Jetzt gönnt ihr die Musik Nein, hörst du Tanz, gönnt ihr die Musik von meinem Motorrad Jetzt Hört ihr mal die Musik an Guck mal rein, was ich ja hab, gefärbt Als ob man das auch fahren kann Ja, man kriegt alles, man kriegt sogar diese Schwerter in der anderen Farbe Alter geil Richard, wir gehen dann dorthin und töten den Boss Muss Kevin stumm schalten Das ist nämlich auch so ein Agenten-Boss Okay Naja, warte ganz kurz Aber erst landen wir hier Da landen wir Ja, und dann gehen wir hier runter, weil dort steht jetzt Muskelkater Da kriegen wir die mythische Waffe Okay Ein bisschen der Muskelkater jetzt dort Ich dachte, der wäre mir bei der Wo waren der immer? Ja, da Ja, da Aber da ist er jetzt Deadpool Und jetzt steht hier der Muskelkater und heult die ganze Zeit Und das lustige ist, man kriegt hier, man kriegt hier immer, der droppt immer noch die Tresorkarte Für ne Yacht Und die geht auch noch Aber was macht das für einen Sinn? Ja, keine Ahnung Jetzt gehen wir jetzt erstmal hier oben hin auf diese Forscherstation oder wie? Ja Okay, gut, da komm ich sogar noch hin Ich glaub wir jetzt erstmal hin Dass ich mich schon mal hin Dann gehen wir hin Wenn ich mich schon mal hin Ich bin Ja Ich bin Ich hab C4, wo bist denn du hin? Hä? Ach du bist da oben. Kommst du mit dem Shopper? Ja Junge, ich bin schon weg vom Shopper, muss ich wieder zurücklaufen. Na dankeschön. Sag das mal ein bisschen eher. Oh, ich bin. Du kannst ja dann hier noch die Minis abschauen mit dem Shopper. Wenn ich das nicht mache. Ja, dann haben wir halt weniger Heal. Gut, dann machen wir das so. So, dann machen wir das ohne abholen, würde ich sagen. Doch, mit abholen. Ich komm. Okay, schade. Jetzt so laut. Blaue Kamp. Nein. Ich hab ne Tag. Wollen wir mal wechseln? Was hast du denn? Die grüne. Ja, kann man machen. Wo sind die Minis? Oben beim Eiswagen. Direkt hinter dir jetzt. Da sind keine. Ach so, ich hab schon oft gesammelt. Die wurden irgendwie nicht angezeigt, wenn ich das nicht oft sammeln kann. Och, hier ist ne Truhe. Max, grüne Tag nochmal für dich. Oh. Was ist denn mit dem los? Der buggt schon wieder rum. Ja, halt's einfach raus. Du musst jetzt hoch, oder nein? Da kriegst du alles. Du musst dir noch die Tag rüber. Wo ist die Pump? Hier. Da, warte. Warte, wie es sieht. So. Ist der da noch? Ja, läuft doch. Warte, ich muss den anhitten. Blick hoch. Ich muss den anhitten. Ich bin fast tot, Alter. Der ist hier mal mega krass. Ach, hast du die Waffe genommen von dem? Ja. Gut. Ich brauche zwar erstmal noch ein Mini oder so. Ich kann den Mad Kit gehen. Ja. Ey, ach, da oben. Ich hab schon ein Mad Kit. Nice. Hier liegen nochmal Minis, falls du noch mitnehmen kannst. Ja, mach ich. Ich hab bloß auch noch C4 dabei. Nice. Ich hab den Kingsman dabei. Wollen wir die Hüpfburg mitnehmen, oder nicht? Ich hab keine. Achso. Ich hab's auch noch heute los. Warte, ich baue noch ein bisschen Holz auf. Wir können ja bis zu viel Holz fahren. Ja, ich würde ja gerne noch das hier losen gehen. Ich muss jetzt kommen. Ich komme. Ich kann jetzt hier alleine fliegen. Ich kann auch gehen, weil ich bin jetzt hochbereit. Na, egal. Ich komme hingelaufen. Ah, ist ja nicht so weit. Hast du jetzt Nymphbogen, oder liegen hier noch mal welche? Was, baue ich? Ne, ich hab keinen Nymphbogen. Ich hab jetzt doch noch C4 mitgenommen. Dacht mir dann so, weißt du, wahrscheinlich werden wir uns eh nicht so hochbauen, dass wir uns wieder verstecken müssen. Oh, ne. 4 Münze. Wo? Da hinten, ne? Weil die brauche ich auch. Das haben die gemacht mit den Niederlinden und Grünen. Wehen wir uns alle zusammen. Ja, das wird irgendwie zurückgesetzt. Echt? Keine Ahnung, ja. Ja, es war auch wieder buggy bestimmt. Irgendso ein Bug, wie bei diesen Anzeigen. Lande 100 Mal Sortie. Hast du das mit alle gemacht? Ne, das wurde mir nicht mehr angezeigt. Wenn man 100 Mal zurückbleibt, ist bestimmt eine Art Schiefblatt, oder so. Ja, ich hab das ja locker schon hinbekommen fast, aber mir wird noch nicht mal angezeigt, wie oft ich gelandet bin. Das ist komplett buggy. Da wundere ich mich auch immer, weil ich kann... Auch lauten. Ja, ne? Du kannst dir mehr nachgucken. Ne, ne, ich spiel lieber Sturmgewehr. Grünes. Oh. Auf geht's hoch. Wohin? Keine Ahnung, ich überleg gerade. Lazy erst noch mal runter, oder? Ne, Lazy nicht, Lazy nicht, Lazy nicht. Flieg schnell vorbei, falls jemand hier ist und die uns mal ein bisschen treffen, verstehst du? Wir fliegen dahinter zu dem Haus, oder? Das ist doch da hinten. Ja, fahr schnell. Flieg, flieg. Flieg, 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 flieg. Geh hoch auf den Berg. Ich brauch die XP-Münze. Und dir ist ein Schwert. Hier ist ein Schwert. So. Nein, die droppen alle runter. Ich kann die nicht einsamen, die ganzen XP-Dinger. Deswegen würde ich das hier einbauen, immer so. Oh, die kommen jetzt zu uns, Richard. Richard, die kommt zu uns. Ja, ich komme gerade hoch. Bin runtergedrückt. Ja, komm, sie ist zu mir. Komm, sie ist zu mir. Ich sehe die. Ich kann nicht hochbauen. Ich back durch. Wo sind die? Gleich bei mir. Nein, ich bin ganz runtergefallen. Unter uns direkt. Einen genockt, einen genockt. Ja, das ist okay. Ich hab ihn. Ich hab Raketenwerfer. Ich bin tot. Ich hab die Falsch haben gefällt. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Irgendwie was alles gemacht. Guck mal, noch ein King-Small. Nee, ich brauch erstmal meine Minis jetzt hier. Echt ne nice Runde. Ja, das war eigentlich... Die SMG hat auch geil connected, muss ich sagen. Weil ich war eigentlich überhaupt nicht gut drauf, Junge. Ich glaube, ich leg den King-Small jetzt weg. Muss ich zwar noch die Aufgabe machen, aber es bringt zu mir. Ich hab den Steiger jetzt sowieso so ein Dreigeschalten. Ich hab den Steiger jetzt sowieso so ein Dreigeschalten. So, ich hab jetzt noch Raketenwerfer, perfekt. Überleg jetzt nicht mit dem Raketenwerfer, mit der Skylar. Du kannst mir noch ein bisschen hier gehen, wenn du irgendwas hast. Ich hab nur drei Minis, mehr hab ich nicht. Okay. Die hatten auch... Die hatten auch kaum... Achso, das ist doof. Die haben auch kaum Metz, ne? Ich hab ja so viel Dummes gebaut, Alter. Ja, ich hab jetzt... Oh, weniger. Ich hab jetzt noch 1.000. Ja, gut, Digga. Ich komm auch auf... Grad so auf 1.000 vielleicht. Warum mach ich ja? Man kriegt auch diese Schwerter hier. Guck mal. So ein lila dann. Das ist voll krass. Oh, geil. Das passt dann noch besser zu meinem Skin, den ich hab. Guck mal. Guck mal. Und das Backpack. Legendäre Truhe. Nicht abbauen, nicht abbauen. Weißt, wie viel XP die bringt? Oh. Nimm du. Ja, ich nehm' die mal. Bin ja mit der... Guck mal hier. Warte mal. Ach, ne, das Backpack hier, wollte ich jetzt eigentlich gucken. Guck mal, sieht auch so lila geworden. Ah, geil. Das passt dann auch per... Das passt doch zu dem... Perfekt auch zu dem Skin, den ich gekauft hab, wenn man das Starterpack. Das passt doch auch, oder? Ein bisschen. Ist vielleicht ein bisschen dunkler, aber passt besser, wenn man das so blau hat. Ja, besser als das blau auf jeden Fall. Ich mein, das Blau passt auch, weil die halt so blau ist, ein bisschen. Aber das Lieder würde noch besser passen. Ja. Heute ist richtig der tschelige Tag. Hm. Sogar ein Zuschauer-Brudi, ne? Da schottet mir sogar zu. Ist gar nicht stumm, du wärst den Boden geschickt, der Mann. Ich bin gleich voll Holz, fällt mir auf. Ich lauf lange nicht hier, ich hab 400 Holz. Ich hab 940 und 260 Stein. Ich hab auch 400... Ich hab 470 Metall. Ich hab 500 Metall und 500 Stein. Das war ne richtig chillige Runde, muss ich's sagen. Ich bin voll Holz. Voll Holz. Warte, ich muss hochkommen, ich muss hochkommen. Kann ein Raketenwaffer rein-sprayen. Fällt mir grad so oft. Junge, pass auf, pass auf, pass auf. Oh, dich einballig ein. Weil ich jetzt bei der Brücke... Wo genau? Dort und unten. Ich seh sie nicht. Ach, da, warte, da war's. Oh, 59, ein Tor, der schmeckt. Junge, es hat nichts connected bei mir. Die fighten, die fighten. Mal hinjumpetten. Hey Leute, guck mal, was ist da, was das da verliert? Warte. Junge, geil, Mann. Komm, Spray drauf. Einer hat nen Hit, hat nen Hit, hat nen Hit, hat nen Hit. Wir müssen... Hinter dir, hinter dir. Recht hinter uns. Junge, solche Camper. Und jetzt im Bus, im Bus ist noch einer. Einer campt im Bus. Oh, und jetzt fließt der hier raus, wie so ein Geck-Acken, direkt vor dir im Bus. Ich weiß. Ja, jetzt ist raus, an der Seite hier. Der scheint schlecht zu sein, der scheint schlecht zu sein. Ja, ich hab keinen Bock, jetzt gegen den Schaden zu passieren. Oh ne, der Stecker soll mich nicht finishen. So, ich vertöte ihn, schnell beeil dich. Er ist bei mir, er will mich finishen, er will mich... Hä? Der wurde mir gar nicht angezeigt, wirklich nicht. Ist denn das für ein Sarf? Ist das für ein Spast? Du musst es vorstellen, wenn du das hältst, äh, mit der Bumper schuzen. Oh, ein richtiger Keck, Alter. Einfach deine Waffen, also. Hä? Junge. Keck. Junge, wahrscheinlich... Ich weiß, wenn ich das bekämpft, was eigentlich so kratzt ist. Junge, ich hab... Wo ist der denn? Unser Riffen-Kick. Ja, da hab ich ja keine SMG mehr. Egal, das ist wichtiger. Oder die Fische. Einfach... Das ist wirklich wichtiger. Warte, ich hab zwei Jump-Heads. Wo soll ich dich denn holen? Sag mal, ob ich dich holen soll. Ja, geh noch mal nach Station City. Mal gucken, das wäre ja richtig der kranken Move. Ja, aber wir haben ja trotzdem keinen Loot, ne? Bruder, der ist nachgeladen, noch nicht nachgeladen. Da sind welche. Scheiße, Alter. Dann mach mich, dann mach mich. Muss ich jetzt wohl alleine gewinnen. Ja, es sind nur vier Dums. Höchstwahrscheinlich. Junge, ist doch lächerlich. Ich bin Full Metall, Junge. Ich kann schön törteln. Ja, aber die Wunde war so geil. Und dann kommen solche Spanzen. Vor allen Dingen, ich dachte, du baust dich ein noch. Ich dachte ja so, okay, Junge, Max, du merkst das schon. Der hat mir nur ein Headshot gedrückt. Der stand hinter mir die ganze Zeit. Ganz leicht, die ganze Zeit geschniebt. Und dann hat mir einfach ein Headshot gedrückt. Verdaut direkt. Okay, ja, das war schade. War aber auch dumm von mir. Ich hätte... Er hat doch ruhig eine krasse Waffe gehabt. Ich hatte drei Headshots und war down, Alter. Eigentlich war der... Ich hatte keine krasse Waffe, muss ich sagen. Also zumindest hat er bei mir auch... Guck mal, der hat ja nichts getroffen. Eigentlich habe ich ja nur gegen den geschossen. Ja, aber selbst wenn er blaue Schlumpf wäre, hat er drückt dann mir drei Headshots gedrückt. Das ist wirklich so, Alter. Ist der denn Biggie oder so? Oh ja, Biggie. Nimm dann, wird die geesset. Aber hier sind welche? Ja, ich nehme lieber bei der Aschenbar sogar mit, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich bin lieber effizient. Wenn die jetzt rauskommen, kann ich einfach... Komm, jetzt sprayen, oder? Geh. Die zwei Leute campen, ich mache ein bisschen. Ich komme, die wissen doch, dass ich hier bin. Guck mal da. Eine Rakete da. Ich wollte schon sagen, man kann einfach durchs Fenster schießen, oder? Komm, jetzt aber, oder? Nein, alles gut. Die campen noch genauso wie ich. Sniper wäre geil, ja, dann drück ihm Headshots mit der AK. Das kriege ich nicht, das richtig. Wenn der ruhig steht, guck, wie ruhig der steht. Ist das richtiger Keck. Du musst auf den Milas direkt, ich glaube, dein Losgang ist schlecht. Kann er nicht droppen, das ist es. Ich bin zwinselig, ich habe keinen Aim. Ja nicht, ja nicht. Geh einfach links lang, links lang. Boah, Scheiße, vor mir. Spielmünze. Wo denn? Wiss ich nicht. Ich habe ihn nicht gehört. Der auch. Oben, denke ich mal. Ja. Ja. Geht. Junge, editier doch. Hä, ich habe das gar nicht so editiert, aber egal. Oh. Dann geh rechts lang hinter den. Keck auf. Ja, oder? Okay, ich habe dort hin, ja. So, füch. Brau dich hier mit dem Teil, dem Träumchen. Im Träumchen. Guck nach vorne, als es wieder geht. Nee. Bitte geben Sie uns eine Minute, seit einer Stunde. Alles klappt an, ganz eine Stunde. Ey, Junge, vor mir bitte. Scheiße, ich bin gar nicht in der Zone. Äh. Jetzt bin ich, oder? Nee, immer noch nicht. Doch, 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 doch. Noch kommt der Safe eingebaut. Nee, guck mal. Ich glaube, ich stehe jetzt nicht hinzusetzen. Das ist doch eh niemand. Doch, falls jemand schießen will. Wo sind die denn? Ja, Kado, du hast genug Munition, einfach ein bisschen. Ja, wenn es da nichts trifft, ist auch scheiße. Jetzt mach unten, unten. Der ist so los, guck mal, der läuft jetzt einfach gerade. Ich habe den oben so krass gedrückt, Junge. Hör die Klappe jetzt. Ja. Oh, Richard. Shitbreak. Ich bin in letzter Bett, der hielt sich einfach offen. Ja, geht. Ja, dann musst du mal einen Raketenwerfer. Raketenwerfer auf die oben. Es blieb die. Ah, ja, Junge. Es ist zu spät. Ja, da rein. Das sind nicht drei Einzelnen. Ja, das sind einfach Teckos. Ja, das tut alle mit, das machen am Schluss. Ich laufe jetzt. Hä? Ich habe nicht mal geschossen. Ich habe gebaut. Ey, das passiert mir so oft. Du drückst auf Bauen, setzt plötzlich was. Und es wird auch was gesetzt. Und einfach so bist du tot. Ich verstehe das nicht mal. Dabei zweit wäre das schon ein Easy Win. Outro 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 Outro